Das ganze Thema Verschwörungstheoretiker ist ja in dieser ganzen Gemengenlage aus Hetze, Hass, Demokratiefeindlichkeit ein ganz wichtiges. Ich hatte gerade heute erst ein Interview mit einem sozusagen Faktenchecker, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fake, der sagt, wenn die Erstmeldung raus ist, wenn praktisch ein Bild mit einem Zitat eines Politikers raus ist und die ist falsch, dann wird die aber zuerst gesehen. Und meinen Sie, man kommt dann noch mit Gegendarstellungen weit? Also es ist ja ungefähr so wie eine Berichtigung in der Bild-Zeitung, die ist dann irgendwo auf Seite 3 oder Seite 17. Ja, leider funktioniert es so und leider wissen diejenigen, die als politische Geschäftemacher gezielte Kampagnen betreiben, über Desinformation versuchen, Wählerpotenzial zu generieren, das ist auch sehr genau. Es ist genau, wie Sie es beschreiben, aber dem Grunde nach hilft es wenig, wenn eine Falschmeldung einmal unterwegs ist, wenn die dann korrigiert wird. Meistens ist man groß mit Bild mit der Falschmeldung unterwegs und das nicht nur in der Bild und dann auch Seite 3 in einer kleinen Randspalte am nächsten Tag korrigiert und bis zum nächsten Tag haben 24 Stunden lang alle Menschen im Lande schon trefflich darüber diskutiert und nichts ist mehr Schnee von gestern als die News vom Vortrag, die dann wieder korrigiert werden soll, was ja auch dazu führt, dass man im politischen Geschäft schon eher, wenn es mal Falschmeldungen gab, die persönlich passiert sind, über Kompensationen arbeitet, als diesen tatsächlich falschen Artikel richtig zu stellen. Also da zeigt sich einfach relativ deutlich, wie sozusagen Medienlogik funktioniert. Auch das, glaube ich, ist ein großes Problem. Ich würde aber noch mal anschließen wollen an das, was Indra Weyermüll und Frau Wallon sagten. Dieses Thema Zivilcourage auf der einen Seite, ich glaube, ist einer Zehstrang für den Teil der Lösung. Auf der anderen Seite ist alles, was der Rechtsstaat leisten kann. Und da kann man jetzt vor Bayern ja sagen, dass wir die Dinge da weitersgehend, das werden Sie bestätigen, Frau Wallon, auch im bundesweiten Vergleich ausgeschüttet haben. Wir haben als Bayern-Mohadition aus Freien Wählern und CSU ein großes Antragspaket zum Schutze der politischen Verantwortungsträger, insbesondere der Ehrenamtlichen in der Kommunalpolitik, in den Landtag eingebracht. Wir haben einen Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft München aneinander als Aidspitch beauftragt. Und der hat 22 in den dezentralen Generalstaatsanwaltschaften Dezernenten, die da zuständig sind. Und alle Studien bundesweit sagen, wir sind die Nummer eins in der Bekämpfung dieser Themen in Bayern. Und trotzdem ist die Situation so, wie wir sie jetzt in dieser Diskussionsrunde beschrieben haben. Und das zeigt für mich eindrucksvoll, dass die legislative Baustelle, die rechtsstaatliche Baustelle eben nur ein Teil der Lösung sein kann. Und dass wir darüber hinaus ganz dringend das Thema Zivilcourage brauchen, ganz dringendes Bewusstsein brauchen, dass jeder, der am Stammtisch aufsteht, wenn Unsinn erzählt wird und sagt, so geht es nicht und so stimmt es nicht, auch im Internet dann halt nicht aufsteht, sondern postet und sagt, das ist Unsinn. Und das entspricht nicht unserem gesellschaftlichen Umgang miteinander. Und ich glaube auch, letzter Satz, das ist das Thema, was wir lernen müssen im digitalen Zeitalter. Wir brauchen so eine Art digitalisierte Zivilcourage. Denn wenn eine große bayerische Zeitung eine Aussage von mir falsch zitiert, dann ruft die Pressestelle der Landtagsfraktion beim Chefredakteur an und dann gibt es sogar einen Rechtsanspruch, das zu korrigieren. Mir ist nicht klar, wenn ich bei Facebook, bei Instagram oder bei Twitter anrufen könnte, um den gleichen Rechtsanspruch gelten zu machen. Da gibt es jetzt zarte Pflänzchen, Hate-Ads, tolle Arbeit, was Frau Ballon und ihre Mitstreiter da machen. Aber da glaube ich, haben wir noch richtig Luft nach oben, sodass man sich auch wehren kann, wenn einem Unrecht geschieht, was in meinem Gefühl im Moment nicht der Fall ist. Und man muss immer sehen, die sozialen Medien haben zwischenzeitlich teilweise eine Reihweite, die größer ist, als die von allen bayerischen Zeitungen zusammen für die Landespolitik gesprochen. Und dann bringt es mir wenig, wenn ich das mit Medien klären kann und im Internet Unsinn unterwegs ist. Und deshalb brauchen wir da dringend auch institutionalisierte Mechanismen. Ich meine, wir sind zwar jetzt alle kleine Hobby-Virologen geworden in einem Jahr, aber wir können auch nicht alles wissen, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da untersuchen und machen und sagen. Jetzt sind Sie schon mal mit einer Verschwörungstheorie in Kontakt gekommen und wie haben Sie dann reagiert? Und ich rede jetzt nicht von, die Erde ist eine Scheibe und Bill Gates bringt uns alle um, sondern diese subtileren. Also die Schlimme ist, man wird jetzt in meiner Funktion nahezu täglich damit konfrontiert. Und noch schlimmer ist, es hat tatsächlich das Niveau, das Sie eben beschreiben. Also Sie würden nicht glauben, wie viele hundert Menschen meinen Mitarbeitern im Stimmkreisbüro und unseren Mitarbeitern in München schon erklärt haben, wie viele Chips Bill Gates uns einpflanzt. Das ist also tatsächlich so weit auch weg, dass man sich schon im Sinne von Don't Feed the Troll überlegen muss, ob es überhaupt Sinn macht, das in irgendeiner Art und Weise noch rational zu korrigieren. Ich glaube, ja, man muss das tun, man darf nicht resignieren. Aber das macht es schwieriger und noch schwieriger wird es, wenn es subtiler wird, wenn die Dinge also verfangen können im Sinne, das wird man doch noch sagen dürfen, was Sie vorhin mal ansprachen. Denn dann erreicht es auch eine gesellschaftliche Mitte. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass wir aufgrund unserer Bemühungen, um Abgrenzung zu Spinnern, zu Corona-Leugnern, zu Rechtsaußen, zu all denen, die sich da auf diesen Demos zusammengefunden haben, von 5G-Fantasten über Antisemiten bis zu Rechtsradikalen, dass wir in unseren Bemühungen um Abgrenzung in denen gegenüber ein Stück weit auch den Dialog und den Gesprächsfaden zu denen verloren haben, mit denen wir dringend reden mussten. Also ich mache ein Beispiel, ich war bei Gemeinsam Zukunft als Redner auf der Wiesn in München, im Zusammenschluss von Mittelständlern, die Hot Volet des Bayerischen Mittelstands, die sich da zusammengeschlossen hat, da gehe ich als parlamentarischer Geschäftsführer einer Regierungsfraktion hin und muss mich erst mal zwei Wochen rechtfertigen, warum ich da überhaupt hingehe und den Menschen erklären, dass das keine Corona-Leugner sind. Das macht es uns natürlich auch schwierig. Also wir dürfen nicht die Lauten mit den vielen verwechseln und mit den vielen nicht mehr reden, weil wir Angst haben, irgendwie mit den Lauten dadurch in einen Topf geworfen zu werden. Und ich glaube, auch das ist etwas, was es an der Stelle nicht unbedingt leichter macht. Und es darf man ja auch nicht vergessen, dass diejenigen, die die Regierung kritisieren oder auch einzelne Maßnahmen kritisieren, auch ganz oft dann Opfer werden von Hasskommentaren. Das ist eben auch der Umkehrschluss, es ist nicht immer nur gegen die Regierung. Wenn ich das so nachschieben darf, ist natürlich auch problematisch an der Stelle, das, was Sie eingangs ansprachen, aber es steht so eine Art informationelles Ungleichgewicht, so eine Schieflage in der Informationslage. Früher hatten wir irgendwie 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Das wird jetzt bei der EM hoffentlich bald wieder so sein und hoffentlich sehr lange bis zum Finale. Aber im Moment haben wir 80 Millionen Bürologen in diesem Land. Und sie müssen den Menschen ja trotzdem erklären, wie sie politisch entscheiden. Ich darf in der Corona-Fahrs-Kurs des Landtags sitzen. Wir werden beraten von denjenigen, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema befassen. Und natürlich haben sie dann als politische Entscheider in dieser Beratungssituation einen anderen Wissensstand. So funktioniert ja auch unser politisches System. Wir geben Menschen Mandate, die können rund um die Uhr sich perfekt informieren, um dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Dann tun sie das, haben alle Spitzenvirologen des Landes gehört, machen eine Entscheidung daraus und anschließend erklärt ihnen aber Herr Müller und Frau Mayer, warum das alles Unsinn ist, weil sie gestern im Internet war und gelesen hat, dass alles ganz anders sich verhält. Und dieses informationelle Gleichgewicht wieder herzustellen, ohne dass man dabei altklug wirkt und ohne dass man besserwisserisch wirkt und ohne dass man die Menschen dabei verschreckt, das ist wahnsinnig schwierig. Also ich bin zwischendurch dazu übergegangen, einfach zu sagen, ja, ich weiß es besser. Gott sei Dank, weil es mein Job ist. Würde ich es nach einem Jahr Corona nicht besser wissen, dann hätte ich alles falsch gemacht die letzten 365 Tage. Und wenn ich es nicht besser wissen würde, nach wöchentlicher Beratung aller Spitzenvirologen dieses Landes, dann müsste ich sofort zurücktreten. Also ja, ich weiß es besser, ja, und deshalb muss ich es aber auch vermitteln, wie die Dinge liegen. Und das ist bei so einem komplexen medizinischen Phänomen ganz, ganz schwierig, ohne dann als Besserwisser, altklug noch mehr gesellschaftliche Spaltung zu genütteln. Jetzt würde ich noch vielleicht einmal Frau Bayer-Müller fragen, ob Sie diese Resignation auch schon festgestellt haben, dass man einfach sagt, ich beantworte es jetzt einfach nicht mehr, oder? Also das Gefühl tritt nach ungefähr 15 Monaten dann schon mal auf. Das muss man zukleben. Und ich glaube aber, genau das darf nicht passieren. Das heißt, die Idee ist schon, und das ist auch der Anspruch, den wir haben, als Dienstleister für die Menschen hier vor Ort zu sein und die Fragen zu beantworten, die kommen und auch die Vorurteile, die wir alle haben, aufzugreifen und damit zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist die Arbeit, die wir haben. Und eben auch genau die Entscheidungen, die in München oder auch in Berlin fallen, dann tatsächlich auch zu erklären. Das ist die Aufgabe, die wir hier vor Ort haben. Das ist nicht immer ganz einfach. Und dennoch ist es der Anspruch, den wir haben, mit den Menschen hier ins Gespräch zu gehen. Und ich sage jetzt mal, die gesellschaftliche Mitte da zu erreichen und da im Diskurs zu bleiben, das ist spannend und das gelingt auch. Und natürlich ist man dann vielleicht manchmal ein bisschen lehrerhaft an der einen oder anderen Stelle. Das muss man halt auch aushalten. Aber ich glaube, es ist wichtig und richtig, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben, die noch offen sind und die die Möglichkeit eben auch noch bieten, weil sie kommen und weil sie Fragen haben oder weil sie sagen, warum muss ich jetzt mein Kind zweimal die Woche testen lassen? Warum muss ich dieses und jenes tun? Und warum gibt es jetzt diese Ausgangssperre? Das ist doch alles Quatsch. Aber in dem Moment, wo jemand kommt und mit einem reden will und einen Kommentar reinschreibt oder eine E-Mail schreibt oder einen Brief, da sind wir gefragt und das ist unsere Aufgabe. Das bringt sie dann eben auch nah an den Menschen und vermittelt dann eben auch Vertrauen. Das bringt sie dann eben auch noch einen Moment. Ja, das bringt sie dann eben auch noch. Das bringt sie dann eben auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020